Und Sauberkeit, Sicherheit bedeutet, ist es uns ein Anliegen, da im Hinterbereich, alles so sehr, sehr gut. Hier sind wir in der Taubbasis, hier werden die Flaschen abgeführt. Wir tauchen, wir bilden SSI aus und haben auch die Möglichkeit, den Tauch entsprechend weiterzuführen, sehen wir es entsprechend auch. Und wenn einer mit dem entsprechenden Prübe kommt, dann macht er ein Checkleisen und wird tauchen. Hier sind die ganzen Tauchstaschen, die sind abgeführt. Die workshops werden hier abgehakt. Die Stokken sind auf dem Boden.